Ich werde gut auf euren kleinen Mann aufpassen. Ihr könnt ganz beruhigt wegfahren und nur an euch denken. Ihr werdet sehen, Capri ist ein Traum. Wie kalt! Du miese Schlampe! Sag der Mama, was los ist. Sag der Mama, du redest mit ihm wie mit einem Baby. Sag dem Papa, warum beschimpfst du Mama? Sie hat einen Kerl. Ich fall aus allen Wolken. Ihr scheint doch immer so glücklich. Tja, der scheint. Ich schau mir deinen Sohn an und stelle mir Fragen. Was? Mein einziges Ziel ist mein Sohn. Es ist sogar mehr mein Sohn als deiner, wenn du es genau wissen willst. Wie bitte? Statistisch gesehen bin ich der Vater. Der Vater, der liefert nur den Dünger. Soll meine Eltern grüßen? Die Eltern grüßen nicht zurück. Bekomme ich einen Kuss? Haben wir was zu feiern? Ich bring dich um. Wir müssen Interpol einschalten. Ahja Achloch! Diese Affäre ist vorbei! Jaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Untertitelung des ZDF, 2020